Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Metro 2033 hier auf dem Delivery Channel mit mir, dem Rage. Und ja, wir sind jetzt, ähm, zu wen, zu den, zu wen sind wir denn nochmal gegangen? Scheiße, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Unter welch... Jetzt sind wir doch runtergefallen. GG. Ich weiß nicht, ob hier hinten vielleicht noch was liegt. Frag mich gerade, wie weit wir zurückgehen könnten. Oh, da hinten sind ja auch Einheiten. Oh, lol. Okay, ähm. Naja, gut, äh. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier lang müssen. Die Frage ist, ob wir da hinten nicht vielleicht noch einen Eintrag finden. Hm. Und wir planen im Voraus. Ein Voraus-Magazin für jede. Aber vor erfahrenen Soldaten erwartet dann, dass wir die Wunen den Zeitrausteilen. Das ist richtig, genäßer Kommentar. Die Parta. Was ist das also scheiße? Entweder die meine Wunen-Marchen oder der draußen ist hier zum Zweifelaufen. Das ist ja nicht so. Oh, lol. Ich dachte, wir haben so einen Stingsan von denen. Nee, komm, töte mich. Tötet mich. Hallo, töte mich bitte. Schnell. Ich dachte, wir haben so eine fucking Kleidung von denen an. Ich raff's nicht ganz gerade. Egal, letzten Sprecherpunkt starten und so. Ähm, passt mal auf. Dann gehen wir vielleicht doch erstmal hier hinten lang. Und dann versuche ich, mich von hier hinten irgendwie da rumzusneaken. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn wir da straight langlaufen, wird uns das auch nicht viel bringen. Sind das drei oder zwei? Ich glaube, das sind zwei, oder? Können wir hier irgendwie... Nee, never mind. Okay, 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 okay. Wir können uns jetzt den einen holen und danach den anderen. Zack. Und schnell zum anderen. Lalalalalalalalalalalala. Du siehst uns nicht, du hörst uns. Fuck it. Oh. Shit. Glück gehabt. Der war, äh, so ein bisschen gepanzert. Deswegen konnten wir den eigentlich gar nicht so töten, aber irgendwie hat das doch funktioniert. Noll. Sehr gut. Oh. Okay, gut, dass wir noch ein bisschen zurückgegangen sind. Hier finden wir nämlich anscheinend schöne Klamotten. Ist das ein Scheidemper? Ja, wir haben noch eine Waffe mit Scheidemper, oder? Nein, nicht gerade? Warte mal. Könnte man das nochmal einsehen? Hier. Ja, doch. Wir haben schon die Pistole mit Scheidemper drauf. Gut, dann brauchen wir das gar nicht. Ja, jetzt konnten wir hier zwar nochmal ein bisschen looten, obwohl ich glaube, das war gar nicht so schlecht, ne? Weil wir ja in der letzten Folge relativ viel rumballern mussten. Ähm, da konnten wir übrigens nochmal ein bisschen Munition aufstocken, weil ich konnte ja auch nicht so viel kaufen. Aber, so wie es ausschaut, können wir hier tatsächlich nicht weiter. Das heißt, wir müssen uns da irgendwie an den vorbeisnigen. OMG. OMG, okay. Ähm. Wir rennen mal ein bisschen. Und dann gucke ich mal, ob ich hier links lang kann. Okay, die teilen... Teilen sich jetzt auf. Okay, die haben sich jetzt... Ja, wir meinen, noch nicht ganz aufgeteilt. Wie viele kommen denn da noch? Puh, okay. Ich glaube, das wird jetzt nicht easy. Können wir uns hiermit vielleicht einfach weiter bewegen? Das ist egal. Einfach so weiterpreschen. Einfach weiterfahren. Oh, da unten sind auch Gegner. Alter. Können wir hier runter? Wahrscheinlich eher nicht. Kriechen können wir auch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir gerade hier am besten lang gehen sollen. Bin gerade... Okay, hier können wir runter. Ich frage mich nur, ob die uns dann hier von links vielleicht nicht sehen. Okay, hier runter gehen ist auch ganz, ganz, ganz schlecht. Alter, wo gehen wir denn? Uh, uh. Da. Oh shit, jetzt kommen die beide. Also wenn die jetzt gleich nochmal umdrehen, dann holen wir uns die. Aber wo ist denn jetzt die anderen? Labern die oder labern die unter uns miteinander? Ich kann das nicht ganz identifizieren, um ehrlich zu sein. Das sieht aus, als würde er labern, aber warum redet er dann mit dem... Ich will den gerne Sneaky töten, deswegen warte ich die ganze Zeit. Also nicht wundern. So, den haben wir. Den holen wir uns jetzt auch. Uh, komm bitte, 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 DEB. Chili, 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 Vanille, Chili, Vanille. Zack, fack. Fuck you. Bam. Nice. Das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Okay, da ist ein Geschütz. Wir haben einen Speicherpunkt. Wir haben hier einen Speicherpunkt. Versuche ich jetzt mal eben hier weiter zu kommen. Okay, da geht es absolut nicht weiter. Dann gehen wir mal in diesen Waggon hier eben rein. Scheiße, so kommen wir da nicht. Ich muss aufpassen. Da drüben, der darf uns nicht sehen. Ich gehe jetzt hier trotzdem mal eben rein. Einfach mal um zu gucken, was hier drin liegt. Okay, das brauchen wir anscheinend nicht. Das brauchen wir anscheinend auch nicht. Da, oh gut, das ist sehr gut. Da haben wir wieder für 20 Minuten eine Maske. Also ein Filter meine ich natürlich. Aber wir müssen runter anscheinend. Wir müssen echt runter. Was mir so gar nicht gefällt. Ah lol. Okay, wir gehen runter. Ballern die beiden über den Haufen. Und dann gehen wir an das Geschütz und rattern die da über den Haufen. Oder? Ich glaube, das klingt nach einem guten Plan. Aber jetzt erstmal nach unten gehen und gucken und hoffen, dass wir die gleichzeitig... Ach, ich dachte davon eine Lichtnotiz. Das war aber doch nur das Licht. So, ich gehe jetzt mal hier langsam runter. Okay, oh, die haben sich gerade aufgeteilt. Sehr gut. Zack, first one. Oh, schnell, 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 schnell. Der bewegt sich noch, der bewegt sich noch. Den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Oh, davon ist eine Wache, davon ist eine Wache. Zack. Okay, hat uns keiner gesehen, hat uns keiner gesehen. Alles im Green-Bereich. So, jetzt gehen wir nochmal zurück, um zu gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwie was looten können. Er hat auf jeden Fall noch was gehabt. Das hätte ich eigentlich immer direkt mal einstecken können. Dann hätten wir gar nicht zurückgebrochen wahrscheinlich. Oder, uh, er war mein, warte mal. Aha, hallöchen. Sehr gut. Ähm. Ja, wir bleiben auf dem Brandgranaten, so, das würde ich sagen. Und, ja, ich würde sagen, wir arbeiten uns weiter Sneaky vor, oder? Es hat ja bis jetzt ganz gut funktioniert. Wir müssen halt... Auf Befehl des Gerichts der Revolution hat dieser feige Ratte zum Tode verurteilt. Das sind nur die Augen. Okay. Ich wollte sie über die Flanke angreifen, das ist alles. Danke. Achtung. Ja. Uh, das war vielleicht gar nicht so gut, die Idee. Wie heilen wir uns denn nochmal? Scheiße, ich hab's vergessen. Oh, fuck that shit. Ich weiß nicht mehr, wie wir uns heilen. Ach, jetzt kann ich mich heilen. Warum können die mich gar nicht heilen? Jetzt haben wir einen ganz großen Fehler gemacht. Wir haben die Heinis am Geschütz sitzen lassen. Oh, aua, aua, aua. Oh, shit. Aua, aua. Ich glaub, wir hätten den einfach sterben lassen sollen. Der ist nämlich jetzt sowieso tot. Mach mal so, dann... Quatsch, der brennt nicht. What? Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was getroffen habe. Ich wollte sagen, wir machen die einfach im Alleingang alle fertig, ey. So eine ganze Armee. Ja, wir sind Rambo. Wir sind Rambo. Au, wie viele Waffen hier rumlaufen. Nice. Ja, laufen vor allem. Hier laufen ganz viele Waffen rum. Nee, die Kits, sehr gut. Die haben nämlich jetzt gerade zwei Stück verbraucht. Oh, warte mal. Da waren... Hm, nee, nee, ich bin... Oder? Boah, das Ding ist schon nice aufgerüstet. Hui. Nee, komm, das Ding nehmen wir mal brutalst mit. Das ist ja mal übelst geil. Da ist ja einfach alles dran aufgerüstet, was man aufrüsten kann. So, der Heini wird wahrscheinlich tot sein, ne? Den wir ja eigentlich retten wollten. Ja, den haben sie geopfert, natürlich. Beziehungsweise einfach mal direkt weggeknallt. Schade. Ja, dann hätten wir weiter auch ruhig Sneaky killen gehen. Ich weiß nicht, ob die uns hier oben jetzt auch bemerkt haben. Ja, ich glaube, der ist schon, äh... Was, der letzte? Okay. Der war schon irgendwie tot. Der andere aber noch nicht. Das sind aber so richtige Arschlöcher, ne? Einfach schön im Schlaf erstmal killen. Sehr geil. Ein richtiger Wichser. So, was haben wir hier noch schönes? Vieles, was wir nicht mehr brauchen. Haben wir da noch? So, hier können wir auch nichts mehr aufheben, ne? Nee. Ähm, warte mal, da liegt da ein Medikit. Warum können wir das Medikit nicht mitnehmen? Hm. Hier hinten liegt da bestimmt eine Notiz oder so. War da? War da nicht? Oh. Oh. Was? Was? What the fuck? Oh, wir haben eine neue Gasmaske. Wir haben unsere alte wegpacken können. Endlich. Das wurde auch mal Zeit. Und, ja, hier unten, ähm... Dürfen wir das tatsächlich erstmal nicht kleinlaufen? Okay. Ah, hier können wir das ausschalten. Hä? Warte mal. Schlüssel. Nice. Wofür würde ich den noch gebrauchen werden? Harte mal. Ist hier unten ein Tresor? Jetzt mal die Maske eben auf. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, 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 keine gute Idee. Keine gute Idee. Oh. Oh, ich dachte, wir kommen nicht mehr zurück dann. Ich weiß nämlich nicht, ob wir... Doch, da ist ein Tresor. Aber ich muss auf Pfeilen aufpassen. Da ist ne... Ja, wo meint, da ist ne Waffe. Aber die ist schon genauso aufgerüstet, wie wir sie haben. Okay, alles klar. Und wir haben Nachtsichtgerät gefunden. Oh, wie geil ist das denn? Setze da Nachtsichtgerät. Halte LB. Oh, wie gut, dass wir runtergegangen sind. Nice. Wir haben nochmal Munition gefunden. Oh, und... Boah, wie gut, dass wir runtergegangen sind. Das war jetzt Checkpoint. Nice. Nice, 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 nice. So, dann können wir jetzt erstmal unsere Maske wieder abmachen. Oh, wie geil. Ja, das nenne ich mal. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay. Ich weiß nicht, was da hinten abgeht, aber... Wir werden jetzt einfach... Okay, die Anscheinung haben die alles übernommen. Worauf haben die dann die ganze Zeit geschossen? Oh, oh, oh. Darauf haben die geschossen. Ach, die ballern sich hier einfach gegenseitig. Die ganze Zeit in die Quere, damit hier sich keiner traut, darüber zu laufen oder was? So kann man es natürlich auch machen. Oh, das klingt nicht gut. Ich muss da jetzt halt einfach straight... Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Das ist das Problem. Kann ich hier irgendwo runter? Nee, ich kann hier aber auch nirgends wo runter gerade so. Das ist doch... Total blöde. Und warum zur Hölle schießt ihr mich jetzt an, ihr Dreckssäcke? Oh, ich... Jetzt brenne ich auch noch, oder was? Fuck you. Ich muss mich schon wieder heilen. Kacke, Mann. Okay, nachts ich gerät, äh, ganz klar bei... Oh, jetzt habe ich mich... Ich Idiot, ich wollte eigentlich meinen Dings absetzen. Meine Maske absetzen. Ich hoffe, ich habe was getroffen. Jetzt kämpfen wir einfach gegen beide Fraktionen. Ich dachte, ich habe von irgendeiner Fraktion... ...Kleidung gekriegt, damit die mich halt eben nicht erkennen. Was soll denn das für ein Scheiß hier? Damit ich halt bei denen halt ganz normal... ...Wat kommst du denn da, du alter Stinker? Fuck you. Unglaublich. Unfucking fassbar. Stirb, du alte Drecksau. Sitzt da überhaupt noch einer am Geschütz? Wahrscheinlich nicht so, ne? Da ist noch einer. Wer meint, da ist doch noch einer am Geschütz. Live. Oh Leute, lasst uns doch ein bisschen Krieg führen. Ich mache hier einen auf Rainbow und schieße einfach eine ganze... ...zwei ganze Fraktionen weg. Okay, ich glaube, so weit können wir gar nicht schießen. Halt, halt, halt dein Schnauze, du alter Drecksau da oben. Bam. Von hier aus können wir treffen. Wer meint? Ich muss mich hier hinter verstecken jetzt. Und jetzt... Steht der da überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Ja, der steht da noch. Aber wir können ihn einfach von hier nicht... Wir können ihn von hier nicht treffen. Das funktioniert so nicht. Ich muss näher ran. So, jetzt... ...werden wir den alten Pisser... Ich habe hier noch ein paar Brandgranaten, Motherfuck. Oh, das war ja nicht so gut geworfen. Okay. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall auf der Seite der Roten, gerade. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Man kann es ja auch allein von den Zeichen halt einfach nicht erkennen, so, weil uns das ja noch nie irgendwie... Das Spiel... Wie gesagt, das Spiel erklärt uns ja relativ wenig. Und allein von den Zeichen her kann man jetzt gar nicht nicht erkennen, was denn hier gerade welche Fraktion ist. Das finde ich gerade ein bisschen schade, muss ich ja ehrlich zugeben. What the fuck? Alles klar. Da kommen schon wieder neue Einheiten. Nee, 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 nee. Nein, nein, nicht, nein. Hör auf. Wir müssen in die andere Richtung schießen. Brudi. Schon wieder ein Geschützturm? Oder ist das so ein Heini, der auf uns wartet? Der sich denkt, hey, geil. Jetzt hat er hier alles freigeballert. Jetzt können wir den Jungen aufnehmen. Hat er... Never mind. Ähm... Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Huh. Brudi, komm mal... Runter. Was ist mit dir? Oh, älter, fast weiter. Der kann einfach überall durchschießen. Was sollen wir denn da jetzt machen? Was soll ich? Okay, never mind. Durch die Sandsecke kann er nicht schießen. Ähm... Der kann er doch durchschießen. Ich versuch mal einfach. Ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Okay, nein, das ist doch hier nicht die Seite der Roten Armee. Sie versuchen, Soldaten von der Roten Armee, ähm, zu, äh, ähm, wie heißt's? Ne? Zu konvertieren. So. Also sind wir gerade bei den Faschisten. Auf der Seite. So. Ich habe gerade wieder keinen Plan, ob wir hier überhaupt richtig... Ob wir hier wieder richtig sind oder falsch sind. Ich mache einfach mal die Tür auf und wir schauen, was wir... Oh. Fuck it. Das war dumm. Das war so dumm. Ich wollte... Ich wollte eigentlich das hier machen. Oh, jetzt haben wir natürlich unseren... Gasmaske wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zerstört. Können wir nochmal wieder zurück? Ja, können wir. Okay. Ich wollte nämlich eigentlich nochmal eben gucken, ob wir hier oben noch was finden. Weil, wenn wir dann anscheinend doch hier unten lang müssen, dann, ähm... Ja, mein Gott, was mache ich denn hier mal so. Es gibt so viele Menüs, die man drücken halten kann, genau. Die man gedrückt halten muss. Deswegen bin ich da manchmal ein bisschen verwirrt. Okay, was haben wir hier schönes? Wir haben bisher noch keinen Eintrag gefunden, ne? Ich meine, wir waren ja bisher auch relativ gut beschäftigt mit, äh... Faschisten und, äh, rote Kommunisten abballern, aber, ähm... Wir können nämlich anscheinend auch hier lang. Tja, was ist jetzt richtig? Da lang zu laufen oder hier in diese komische kleine Gasse reinzugehen? Oder da unten ist nur einer, der vielleicht einen Tresor wieder beschützt oder so eine Scheiße? Das kann natürlich auch sein. Wir gehen mal hier runter. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter und dann werden wir uns mal was Götze genauer anschauen. Der wird wahrscheinlich jetzt schon da unten auf uns lauern. Ich hoffe natürlich nicht, aber ich denke, es ist so sein wird. Oh, zum Teufel, versteckt er sich. Wie der einfach die ganze Zeit hier in die Gasse guckt, der Wichser. Stirb! Hihihihi. Okay, hier haben wir haufenweise Ausrüstung, die wir leider nicht mitnehmen können. Hier hat er ein paar Wurfmesser reingeschmissen oder Langeweile hatte anscheinend. Was haben wir hier Schönes? Oh, Medikids neue, das ist natürlich sehr gut. Und, ach, hier war ein Gefängnis. Ah, ich verstehe. Aber mehr ist hier nicht. Mehr? Also gut, ich meine, Medikids war ja jetzt nicht schlecht, aber noch ein bisschen Munition. Aber so wie es ausschaut. War es das, oder? Never mind. Guck mal, was wir da haben. Äh. Alter, ich heiße absolut gerade gar nicht mehr, wo wir sind, ne? Oh, lol. Was? Hätten wir auch gerade einfach einen komplett anderen Weg gehen können und wären dann hier rausgekommen? Ist das true? Näh. Das ist nicht wahr. Doch, ich glaube, das ist halt einfach die Wahrheit. Ich glaube, wir hätten einfach gar nicht da rumballern müssen, sondern hätten einfach irgendwie, ich weiß nicht wie, keine Ahnung. Ähm. Ich habe da ja keinen anderen Weg gesehen gerade. Da habe ich wahrscheinlich irgendwas übersehen. Wir hätten da auf jeden Fall durchsneaken können. Und dann wären wir hier direkt rausgekommen und hätten gar nicht so viel rumballern müssen. Lol. Aber dann hätte ich meinen geilen Granatenwurf gar nicht machen können. Und der war ja schon ziemlich eh, muss man ja mal so sagen. Okay, hier ist es wieder alles voll mit Feinden. Jetzt müssen wir aber wieder erstmal versuchen, wenigstens ein bisschen voranzukommen. Ohne dass uns die scheiß Gegner entdecken. Deswegen werde ich jetzt... Der hat sich schon mal umgedreht. Deswegen werde ich jetzt mal links schon mal ein bisschen weiter hier ran sneaken. Vielleicht können wir auch hier rumlaufen. In der Moment können wir nicht. Okay, das ist wieder so ein gepanzerter Wichser. Das heißt, wir werden das einfach ein bisschen warten, bis er sich umdreht. Und dann werden wir ihn schön in den Rücken stechen. So, und zwar, das ist unsere Sekunde. Der Wahrheit. Das ist der Wahrheit. Zack. Du blöder Wichser. Ui, dass der uns noch nicht gesehen hat, war jetzt richtig lucky, ne? Also, äh... Der hat noch ein Nachtsichtgerät auf, sehe ich gerade. Ich frage mich, ob man die Lampen kaputt schießen kann. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert in dem Spiel, äh, bisher. Müsste ich eigentlich mal testen. Aber, äh, definitiv nicht jetzt. Dreht der sich noch um, oder bleibt der die ganze Zeit da so stehen? Das ist eine gute Frage. Da sind auch nochmal Gegner wieder. Wir könnten hier runter jetzt. Oh, wie viel... Oh, wie viel... Oh, wie viel... Ich glaube, der bleibt da die ganze Zeit stehen. Den werden wir jetzt so erstmal nicht kriegen. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier runter. Und hole mir erstmal den hier im Waggon. Zack, du Wichser! Schön weggesneakt. Ist irgendwas drin? Schlüssel! Nice! Okay. Wie sieht es mit ihm hier aus? Oh, shit. Wir haben nicht gesehen. Ja, komm schon. Ich erwarte dich, mein Freund. Von mir kann nichts kommen, glaube ich. Nee. Okay, der ist tot. Okay, der ist auch tot. Huuu! Den nennen wir auch. Den holen wir jetzt in den Stealth Kill. Fuck it! Nevermind, den holen wir jetzt auch nicht in den Stealth Kill. Oi, 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 oi. Okay, ich muss mich heilen. Uu, scheiße! Ich habe gar nicht nachgeladen. Sehr gut. Alles klar. Puh! Naja, das mit dem, äh, Sneaken hat ja dann doch nicht wieder so gut funktioniert, wie, äh, gewünscht. Schade eigentlich. Aber was soll's. So ist er manchmal, ne? So ist er hier mit dem Tresor. Sehr schön. Zack. Aber gut, meine Freunde, ähm, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's hier direkt weiter. Danke für's Einschalten. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben. Da abonniert unseren Kanal, da würden wir uns da drüber freuen. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, weil, ich find's halt immer noch komisch. Wir haben ja von irgendeiner Fraktion, haben wir ja die Kleidung gekriegt. Das heißt, wir müssten ja eigentlich von irgendeiner Fraktion in irgendeiner Art und Weise angenommen werden. Aber, ne, weder die Roten noch die Faschisten jetzt haben uns irgendwie in Ruhe gelassen. Auch egal, machen wir halt dann auf Rainbow, schießen komplett beide Armeen über den Haufen. Und, ähm, ja, machen halt einen einfach auf Allein. Und, wenn dann später wieder kommt, dass uns angeblich wieder irgendwer geholfen hat, dann rast sie aus. Okay, meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und bis dann. Ciao. Ciao.